Servus liebe Freunde der gepflegten Warthunder Unterhaltung, ich bin Raibu, nur ein klitzekleines Infovideo hier jetzt an dieser Stelle für euch. Ich wollte euch nur nochmal dran erinnern, morgen Abend ab 18 Uhr seht ihr hier im Livestream auf meinem YouTube-Kanal die Übertragung der Finalrunden der German Open, die momentan laufen. Das 2 gegen 2 RB Panzerturnier findet dieses Wochenende statt, seit gestern läuft das Ganze schon und morgen gibt es dann die Finalrunden, die beinhalten dann natürlich die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz 3 und dann am Ende natürlich das Finale, um dann entsprechend zu ermitteln, wer im RB Panzer denn das beste Team geworden ist. Organisiert wird das Ganze von den Kampfgruppen Edelweiß und Pulg und unterstützt auch noch von Checkpoint-WT.de bzw. von JEPOC. Ihr wisst ja, ich bin da auch Mitglied drin und wir haben uns dazu entschlossen, dieses kleine aber feine Turnier mit zu unterstützen und wir sponsern ein bisschen was von dem Preisgeld, was dann halt auch unter den entsprechenden teilnehmenden Teams, die dann auf einem der Plätze die Preisgelder bekommen, in Form von Golden Eagles halt eben ausgeschüttet wird. Also, morgen ab 18 Uhr findet das Ganze hier bei mir auf YouTube statt, bei Hansebänger auf Twitch. Wir haben ein bisschen was für euch vorbereitet, das wird richtig schön spannend, wir werden euch ein bisschen was erzählen, wir werden natürlich auch entsprechend die entsprechenden Teams da haben, die dann noch in den entsprechenden Finalrunden sind, werden auch ein bisschen mit den Leuten quatschen, die das Turnier hier organisiert haben, damit ihr natürlich ordentlich was zu sehen bekommt und ordentlich auch mit Infos versorgt werdet. Das wird eine richtig spannende Geschichte, ich freue mich sehr drauf und ich freue mich natürlich noch mehr, wenn ihr zahlreich erscheint und da dann natürlich auch, wenn ihr Zeit und Lust habt, dann entsprechend zuguckt. Dann noch eine andere Sache und zwar in eigener Sache, ich habe mir jetzt auch was überlegt und habe mir gedacht, wenn der eine oder andere von euch Bock hat, meinen Kanal zu unterstützen, dann klickt euch doch einmal bitte in die Videobeschreibung, da steht, wie ihr meinen Kanal entsprechend unterstützen könnt. Dafür sage ich jetzt schon mal vielen Dank, freue mich da drauf, wenn ihr morgen natürlich auch im Livestream zu den Finalrunden der German Open im Panzer RB dabei seid. Und falls ihr noch entsprechend Bock habt, bei den Turnieren mitzumachen, nächste Woche sind dann die Flieger im realistischen Modus dran und dann in den folgenden zwei Wochen da drauf gibt es dann die Arcade-Runden, nämlich dann auch bei den Panzern und bei den Fliegern. Den Link zum entsprechenden Thread im Forum, den werde ich euch auch nochmal mit in die Videobeschreibung packen, da könnt ihr euch dann alle Infos nochmal durchlesen. Ansonsten freue ich mich, wie gesagt, wenn ihr morgen dann im Livestream zum Finale der Panzer RB-Fahrer dann mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine coole Zeit, zockt immer schön weiter, macht's gut, euer Raibun.